Hallo YouTube! Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Drang's Dogma 2. Ja, der letzte Part war sehr erfolgreich. Okay, sagen wir mal so. Wir hatten Misserfolge und wir hatten aber auch schöne Erfolge. Ein Erfolg, der lag irgendwo hier. Und der will mir eben mal was zeigen, ich will aber noch nicht. Da stehen die Toten vom Schlachtfelder auf. Natürlich. Mein Problem ist. Dass meine Gefährten kaputt sind. Und wir da hinten in der Lagerstätte hätten. Und ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wo wir hier sind. Alteisen. Also, ich weiß schon, wo wir sind, aber es ist so dunkel. Da ist ein Loch. Ach, wir gehen mal durchs Loch. Menschen irgendwie irgendwo ankommen. Ich hoffe, ihr habt keine Ahnung. Leonora, was ist passiert? Walter. Ich sag ja, wir müssen schlafen. Ich habe es bald Oh, Schuss zu meinem Schlachtfeld. Okay. Das war ein Zufall. Oh, danke. Für den Schlüssel. Ein Reisestein und 2200 Gold. Ein höllischer Grat. Oh, ja, stimmt. Da ist ja noch eine andere. Ja, jetzt warte mal. Ich bin nämlich seit gestern ein bisschen überlegen gewesen. Manchmal habe ich das Gefühl, diese Blitze und so, dass ein bisschen die Friends droppt. Du auch? Ich bin glücklich, dass ich nicht der einzige. Wenn sie das auch machen kann. Hier geht es wieder hoch. Gehen wir mal hoch. Ja, wir müssen uns ein bisschen die Zeit vertreiben. Weil es halt dunkel ist und ich nichts sehe. Und der Weg zum Nager ist mir zu weit. Deswegen gucken wir uns noch ein bisschen um. Ob da wieder einer schläft? Nein, ich komme nicht. Nein, er ist noch tot. Man weiß nicht. Das ist ein paar Worte. Ja, das ist ein paar Worte. Oh. Oh. Oh, ich muss mich überdenken, zu erzählen, dass ich selbst über das. Ach ja, das habe ich alles weggeschmissen. Aber jetzt habe ich ja neue Kollegen. Genau. Dann werden wir uns mal entledigen. Oh. Ja doch, können wir mal machen. Denn wir haben nichts mehr. Okay, okay, nicht. Ach, halt mal auf. Wir wollen jetzt hier geben an. Mio ist sehr leicht. Geben an Mio. Das Fleisch nicht. Geben an Mio. So. Jetzt können wir geben an Mio. Oh, so viel haben wir davon. Brauchen wir das nicht für irgendwas? Ich habe es vergessen. Er kann gut tragen. Hier noch irgendwas versteckt. Ach, der winkt. Nein. Du siehst doch, ich bin beschäftigt. Mit unsinnigem Zeugstum. Ich habe gerade eine Leiter gesehen. Das habe ich schon gehört. Was ist nicht da? Was ist nicht da? Da ist eine Leiter hier. Ach so. Und wohin führt mich die Leiter? Das ist nichts. Das ist nichts. Okay, wir geben Müll runter. weiter. I don't follow you. You understand me. You must follow me. Dafür packe ich dich voll. Du kannst mir später einen Weg zeigen. Lass mich doch mal hier gucken. Hier ist doch irgendwas noch. Ich habe es nur noch nicht gefunden. Da ist ein Loch in der Wand. Ich war doch vorhin auf einer Leiter. Achso. Oh, was ist nicht hier? Jaspis. Wer hat Jaspis weggeschmissen? Oh. Okay. Ich wusste, hier ist noch was. Da liegen nur tote Fische. Als hat mich die Leiter doch nicht irgendwo. Aber wir müssen rasten. Ist hier irgendwo ein Lager? Das Lager ist mir zu weit weg. Komm, wir gehen mal durch die Höhle da. Ich kann ja noch mal gucken. Kann ich noch ein bisschen Medizin braun? Kann ich nicht. Höhle am Ende der Welt? Was heißt das jetzt? Das ist das Ende des Spiels, oder wie? Nein. Glaub ich nicht. Oh, ich kann nicht warten, um zu finden, was auf der Seite ist. Da kann ich nicht gegen trinken. Das ist mies. Okay, hier ist nichts. Das ist dicht. Ist immer verdächtig, wenn nicht da ist. Du musst aus. Du, 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 du. Oh, Moment. Ich muss mich heilen. Oh. Ach, ich bin hier auch so niedrig mit Gesundheit. Tremendous work. I just think what we could achieve if we honed our talent. Oh, Lager. Und? Oh, ich bin schwer. Um. Ich habe ein Lager Grasmuster. Das ist ein Lager bescheiden. Alltägliches. Dann. Das geben an Mio. Und das gebe ich an Luloha. So. Lager aufschlagen. Das ist ein Grasmuster. So. Ja. Kochen. Ja. Das haben wir uns verdient. Gut. Ja. Da bin ich auf. Bis zum Morgenausruhen. Wir sind alle wieder bei Kräften. Und ich kann meine Laterne wieder anmachen. Dann gucken wir uns ein Weilchen hier um. Also von da sind wir gekommen. Da geht es weiter. Vulkanische Melodie. Ist irgendwas? Nein. Oder ich bin blind. So, dann würde ich mir sagen, ist auch kein Gestein, was wir hauen können. Kupferz. Kannst du die anderen Wagen auch noch kaputt haben? Oh, wir haben gegen einen Drachen gekämpft, ne? Wie sehen eure Augen aus? Leonora? Okay, schon gut. So, und du? Du bist dich im Kratzen. Schon gut. Und du? Ich glaube, von dir müssen wir uns bald verabschieden, Neo. Ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Nicht, dass ich Angst wegen denen hätte, aber die machen auch Schaden. Wo sind wir hier gelandet? In der Höhle Graf Dracula oder was? So viele Fledermäuse hier. Hä? Wollt ihr noch was? Warum laufe ich eigentlich vor? Los! Wofür habe ich... Die Clark Commission is residing in Batal. Shall we go and meet with him? I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Also noch was. The obstacles shan't get the better of us. There must be a way to remove it. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. I would gladly be of aid, Arisen. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Hat er da jetzt ein Loch freigehauen? Nein. Ist es irgendwas? Nein, es ist nichts. Hätte ja sein können. Es sah so ein Land aus. Okay, er hat ein Loch da reingehauen. Ich komme nicht da entlang. Du hast hier ein Loch gehauen, dann gehen wir hier entlang. Oh Gott, wo kommen wir raus? Okay. 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 cheeks venirnigen nebenher. Okay. Okay. Gestein. Oh, so viel. Oh man. Ich werde so was vom überladen sein. Was ist Kiesel? Also im ersten Teil haben die wenigstens noch mitgearbeitet. Mein Gott, so viel. Nein. Hier. Nimm mit. Weiter. Nochmal. Hier auch. Weißkiesel. Ja. Geh aus dem Weg. Und jetzt? Ende im Gelände. Das war's mit der schönen Höhle. Dann kommen wir wieder hoch. Etwas enttäuschend. Ich dachte, das würde weitergehen. Da gibt es noch einen anderen Weg. Hm, das sieht doch verdächtig aus. Oder? Kannst du das mal aufschlagen? Oder ist das nix? Okay. Okay. Huch. Also, wieder zurück. Ah, hier ist noch ein Gang. Konnte ich den übersehen. Oder sind wir von hier gekommen? Nee, wir sind nicht von hier gekommen. Sonst hätte ich die Kisten abgenommen. Na 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 na! Puh. Rind der Bewanderheit. Jetzt wartet. Bis hast du's gemacht. Oh, diese Geister, die ich nicht rief, gemerkt. So. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Und da ist ein Weg. Von da sind wir gekommen. Okay. Okay. Gehen wir mal hier entlang. Kann ja nur schief gehen. Da geht's raus. Nein, ich will nicht raus. Oh, ich bin schwer. Warte, ich gebe dir was. Geben an mir. Geben an. Saga, geben an. Saga, geben an. Saga, geben an. Saga. Können wir mal hier gucken. Okay. Sieht auch so aus, als könnte man das einschlagen. Aber hier ist eine Sarkasse. Nun denn, dann wissen wir, dass wir jetzt da hin müssen. Wieder raus. Dann haben wir die Höhle auch durch. Hey, ich festhänge. Tageslicht. Oh, die sehen aber verdächtig aus. Oh nein. Drei, vier Stück. Fünf. Oh nein. Okay, das ist ein bisschen harmlos. Er rätcht. Daneben. Ist auch getroffen. Nicht getroffen. Oh nein. Oh nein. Da ist ein Flaw. Ich hätte eine Spelle, wenn ich mich mache. Will one of the targets marked by my own master? Care to assist? Kann I take you with them? Have no fear. Everything will be alright. Got hold of the enemy! Well said. Towards most effective. Haut ihm doch auf den Ditz. Nicht getroffen, schnapps gesoffen. So, fünf Arznei-Trank, danke für Saga. Geflecktes Ernst, brauchst du das nicht? Oh je. Komm hier raus, wir untersuchen. Oder an die Finks. Oh Finks, die Frage steht's dein. Was hat am Morgen vier Bein? Zum Mittag dann zwei und in der Nacht derer drei. Oh Finks, weil die Antwort dir berichtet erlangt hohen Wert, falls er verzichtet zu zielen sein Schwert. Oh Finks, vier am Morgen, zwei bei hellem Sonnenschein, drei im Dunkel verborgen, der kluge Eile zu deinem Schrein. Ich hab keine Ahnung, ich bin mit Ritzen. Vergiss das. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt zu der Finks. Nett. Oh, hast du... Danke, Schatzli. Du bist mitdenkend. Ich hab's nicht gesehen. So, was hier? Okay. Oh Gott. Schrankorridor. Bisschen... Gruselig hell. Pass auf, wo... Äh, ich hab... We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Okay, um... Äh, achso, kann ich nicht... Achso, sieh. Oh, ich bin nicht schwer. Kann ich auch nicht. Ich muss leider wieder was verteilen an euch Jungs. Äh, geben an. Saga, Mio ist auch schon, geben an. Saga. Saga. Okay, Mio, damit musst du jetzt leben. Komm damit klar. Da wird's schon wieder hell. Eine Hartknolle. Das ist nur eine Lampe. Eine blaue Lampe. Der haut da wieder alles kaputt. Oh, ich kann auch die Vase. Wüsste ich gar nicht. Der fleisch. Okay. Bergschein. Nein. Ähm, hallo? Oh. Oh Gott. Also ich muss sagen, es läuft wirklich... Oh, greif. Geschmack, wie weit man gucken kann. Warte mal. Was ist das da hinten? Und was ist das da? Fragen über Fragen. Okay. Stellen wir uns. Der Finkz. Wie soll creepy aussehen? Oh, ist da keine Brustwarzen. Wer sagt das? Ich muss sagen, Capcom hat ein bisschen mitgedacht für YouTube. Andere Spieleentwickler hätten da Brustwarzen hingemacht. Danke, Capcom. Ach, ich bin so schlecht. Aber sie sieht hübsch aus. Also ich finde es sehr schönes Design. Ah, da sind wir aufgelöst. Man rät zu meiner Zufriedenheit. Okay. Wenn es um Plunder geht, immer. Mal einen Platz. Was soll ich sonst tun? Äh, ja. Rätsel der Augen können wir uns ja mal anhören. Okay. Du hast das Rätsel der Augen angehört. Wir sollen durch die Tür. Und das Wertvollste sollen wir ihr bringen, oder wie? Oh, Finkz. Die Frage steht dahin, was hat er morgen vier Beinen? Das weiß ich nicht. Ich habe das mal gehört, dieses Rätsel. Aber ich habe es vergessen. Vielleicht wisst ihr es ja. Ah, meine Lampe ist an. Okay, das sieht wieder nach Ärger hier aus. Das ist nicht so was von nach Ärger hier. Das ist doch nur Ärger hier. Das ist ein Loch. Das ist doch nicht so, was sie hat. Ausstelle ist. Das ist doch nicht so. Oh, was ist das? Da ist was Großes. Ich hab Lust auf was Großes. Wir haben ja schon lange nicht mehr. Das war ja erst im letzten Part. Voll Trottel. Oh. Gold ist viel wert. Oh Mann, wo sollen wir denn hier hin? Ich verirr mich doch hier. Das war unglaublich. Ich hatte nie mehr so einen Strategie. Gegen wen? Oder was kämpft ihr? Ich glaube wir müssen mal runter. Ich kann mich wieder sehen. Wahrscheinlich in die Wand. Und sonst so? Stufe 34. So, was gibt es hier Schönes? Leono war auch. Oh, es gibt so viel zu holen. Ja, ich bin überladen. Wie soll es auch anders sein? Also noch nicht überladen, aber schwer. Ist hier noch ein Stein oder so? Nüchtern heißt Tonikum. Ja, bin ich besoffen oder was? Okay. Ich muss leider... Ist auch schwer. So, was hast du denn für Müll bei dir? Also. Grober Knochen. Wegwerfen. Weißt du, aus dem Kiefer eines Monster? Wegwerfen. Geben an. So. Die Schuppe. Nein, nein. Die Schuppe. Nein, nein. Und ein Sack. Das ist ganz schwer. Ah. Ah. Das ist wieder leichter. Was hast du für Müll? Du hast eigentlich keinen Müll. Du hast eigentlich nur Erze. Deswegen geben an. Mio. 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 Geben an. Mio. 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 Spollen. H ende. Okay. Puh. Das hab ich alles da hingeschmissen. Lass uns liegen Kinder, wir gehen jetzt wieder hoch. Stinking ja. Mein Bewegungsgericht Das Gift ist da. Ihr wisst schon, dass wir gleich wieder zurück müssen. Ihr habt schon geblieben. Ihr habt schon geblieben. Ihr habt schon geblieben. Ihr habt wirklich glücklich, Arisen. Das ist ein Droh. Fauliger Apfel? Ich will nicht mehr. Können wir irgendwas kombinieren? Ich will nicht mehr. Ach, ich wollte die faulen Sachen wegwerfen. Wegwerfen. Okay. Aber irgendwie, glaube ich, müssen wir wieder zurück. Sollen wir durchs Loch hier fallen? Ja. Fall runter. Platsch. Oh, da ist noch eine Kiste. Siegelfiole? Ich glaube, das will er, oder? Jetzt lass uns mal kurz auf die Karte schauen. Okay. Äh. Oh, schon Nacht? Ich müsste einen Heilungszahn zu mir nehmen. Oh Gott, wer ist tot? Was passiert? Ich weiß, was passiert? Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, was was passiert ist. Ich weiß, 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 was passiert eigentlich immer. Ich weiß, was passiert ist. Die frisst uns ab. Oh Gott! Ich will überladen. So, was kriegen wir denn? Ein Lazarus Stein. Ja, den kann ich gebrauchen. Danke. So, hast du noch mehr solche Dinge? Oh, ich muss hier... So, hi. Rätsel des Wahnsinns anhören. Okay. Mhm. Ja, meine Vasaline. Sie ist mir das Liebste. Das ist ein bisschen... Mhm. Ich bin gut, ne? Ja, wirklich. Du bist mir ans Herz gewachsen. Oh, ein Zielkristall. Ey, du kriegst ja gute Sachen. Oh, du kriegst ja gute Sachen. Oh, weiter. Was noch? Hi. Ja. Rätsel der Weisheit anhören. The parent knows the child, yet the reverse is far from true. The child knows not the parent, such as the parents do. I am a lost child. For kinship do I yearn. So bring to me my parent, that I might better learn. Ich soll jetzt den Elternteil finden. Wie soll ich das denn anstellen? Wartet mal. Gab's da nicht irgendwie einen Riffstein, wo Fingst Fava, Fingst Mava und so drin waren? Vielleicht meint sie das? Ähm, wir gucken mal. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaub bei Haymo oder so. Rätsel der Überzeugung. Okay. Okay. So grant to me what you most prize. And then elude your ponderous demise. Oh. Was soll ich ihr geben? Egal was? Ich hab jetzt nicht zugehört. Ich hab jetzt nicht zugehört. Ja, Medizin ist halt wichtig. Ich hab jetzt nicht zugehört. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so cringe. Okay. Wie... Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war mal so... Krieien wir dann auch die große Dröhung? Alle halt... Das, was ich ihr gegeben habe. Okay. Okay. Dann haben wir. Ja. Jetzt ist er Grubelei anhören. Ja. Oh. Erste Suchermedaillung. War das nicht da in den Brunnen? Bei dem Bettler? Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt hin und her reisen. Ähm. Ja. Ja. Benutzen. Dann gehen wir nach Werdenburg. Ich glaube, es war da. Also ich habe keine Ahnung, wo das war. Wo haben wir die ersten Medaillen? Ich meine, es wäre da im Brunnen gewesen. So, gucken wir mal, wie es jetzt hier in der Großstadt läuft. Bescheiden, bescheiden. Äh. Ich meine, das wäre da im Brunnen gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Da. Ey. Kamera. Finder-Medaillung. Okay. Oh, Leute, wir können... Okay. Betrifft sich alles super. Kaum sind wir hier. Ähm. Hallo. Willkommen zu Björns Armourie. Und Qualität ist, was du brauchst, wenn du überleben willst. Ich muss ein paar Samen verkaufen. Hallo. Willkommen zu Björns Armourie. Ich muss ein paar Samen verkaufen. Ich bringe den Verbrauchter außer beim Blocken mit dem Schild. Brauche ich nicht. Oh, habe ich ihm etwas... Habe ich ihm? Kurze Umwand aus grobem Stoff wurde in der Anderen angefangen. Und hast du denn sowas? Wann lesen wird der Zauber, wo Oligengeschwer gewirkt? Oh, ist auf der Klappe. Ähm. Oh, will ich verkaufen. Das nicht. Okay. Das Rüstung verbessern. Will ich das? Oh, nein. Das will ich nicht. Wisst ihr warum? Von wegen, bei den Elfen gibt es einen super geilen Bogen. Ähm. Komm, wir gehen nach Hause. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Also es läuft hier so 30. Eigentlich wie vorher auch. Psst. Ähm. Kommt mal mit. Ring des Triumphes. Okay. Okay. Eine von Macht der Fütterring erhöht etwas. Das mache ich so. Äh. Langweilig. Äh. Äh. Laufbahn wechseln. Ich bin Maxi. Ich bin Maxi. Und du brauchst noch einen. Und dann. Kann man denn magische Klinge machen? Muss er erst Dieb werden oder was? Äh. Fertig. Ich bin Maxi. Fertig. Fertig. Was ist das Schuss? Ich bin Maxi. Fertig. Weiß ausgerüßte Waffen, fertig. Einfach besser vom Vorausschauende Flamme. So, Zauberspeicher, Feuerwunst. Mhm, mhm. Erhöht den Zugefügten Schaden, wenn du die elementare Schwäche eines Gegners ausnutzt. Ja. So. Jetzt lass mich mal kurz konzentrieren. Wir gehen nach Hause. Und da entkleiden wir uns. Nein, äh, da ziehen... Ja. Wir entkleiden uns auch, aber... Ich muss jetzt mich konzentrieren. Wo war der Weg? Also, es ging irgendwo... Da war der Karren... Dantel. Glaub ich. Hey. Hey. Hallo. Ja. Ja. Ihr habt einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Wisst ihr? Seit ich euch traf, habe ich mich in unzählige Mutproben gestellt und viel über mich und die Welt gelernt. Als Beweis dafür werde ich in Kürze zu einer Reise aufbrechen und hoffe, ihr werdet mich begleiten. Verdammt, du Scheiße. Ich könnte euch zeigen, wie geschickt mit dem Bogen ich jetzt bin. Ja, natürlich. Gwyn. Darf ich mich denn umziehen? Nicht umziehen. Okay, er will da hin. Ja, guck, er will da hin. Aber warte. Talissin. Es ist nicht die Art des Bewahrers, der Laube umherzustreifen oder sich zu weit von der angestammten Heimat unseres Volkes zu entfernen. Doch ich muss zugeben, dass ich fasziniert von euch bin so sehr, dass ich Zeuge eures Schicksals werden muss, wohin es auch führen mag. Oh, haben wir zwei Verehrer. Ich dachte, hier gibt es keine Romanzen. Ich muss mich eben entleeren, dann können wir sofort los. Einlagern. Einlagern. Oh. Oh, was sind meine schwachen Augen? Oh. Von wem ist das nicht, dass ich irgendjemandem das klaue? Ja. Okay. Das ist alles seins, ich muss drauf achten. Einlagern. Weil. Achso, ich kann ja so. Okay. Next. Kunst des Feuers und Wasser und Waffen mit Feuer. Das muss ich gleich von Ihnen wegnehmen. Leonora? Ja, siehst du, sie hat auch. Okay. 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 Ich filme hier immer wieder Ok Ich will mal eben die Rüstung werden Puh Es hat schon was Es ist süß Auf eine gewisse Art und Weise Aber wiederum Ich weiß nicht Zum Kämpfen Nein Ich zimm meine Hose wieder an Kann das Leonora Ja Schicken Ich meine sie hat ja eh Wartet mal Fern Nein Aber Dadurch Hat sie halt mehr Schutz Wenn ihr so guckt Unten drunter halt Quatsch Die lagern wir jetzt ein Verkaufen wir Ach Irgendwann Makar Verkaufen wir Ähm Gut Ich muss aber eine Runde Rotzen Ja Ja So Dann würde ich aber auch sagen Dann mal Salz Jedenseits Von Ja okay Greifenstürzer Sehr schön Das Lager schicken Abschließen Ja Ähm Basalenabzeichen Verdienen Chimärenkeller Ähm Und Gegenstand Event eventuell Vielleicht Nein Gold Ja Bestätigung Okay Ich weiß nicht Da ist so ein Flackern Drinnen Ich werde dich Entfernen Ich habe da ein bisschen Schiss Du kriegst von mir Ja Herz Ja Also Und du Ach Ich schicke dich auf Weg Ganz einfach aus dem Grund Weil die irgendwie Weil die haben kaputze und das ist halt so schwierig Dann Äh Zu sehen Ich glaube der haut wieder ab 25 29 31 FPS So Jetzt So ganz schnell jetzt Hier Ich brauche Kämpfer John Hi Ja Anhören Ähm Dann Reune und haut drauf Schnell 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 Sonst Hockt mir der wieder ab Valkyrie Nein ihr habt Masken Sie hat ein schönes Kleid Du bist Stufe 39 Was habe ich Schwert Dann brauche ich einen Krieger jetzt Okay Männlich Weiblich Ist mir egal So John Snow Aha Gut 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 Das sind ja alles so Kätzchen Herbert Du hast einen schönen Namen Nein Den Herbert Glaube ich Nimm ich mit Ich nehme Evi mit Ja Anheuern Läta Läta Juche Raus Schnell Schnell Till ne Verlassen So So Ihr Lieben. Ihr wisst, was jetzt kommt. Part ist wieder sehr lang. Also sehr lang. Ja, es ist relativ. Aber so über eine Stunde ist er schon. Von dem her bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks wie immer. Mich müsst ihr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Adios. Ja, das ist das Gdag. Gإ-S